Hallihallo! Nette Ziegen sind hier. Etwas Fellpflege mit Nellys Nussöl und Haselnusskamm zum Entlausen. Lass dich mal ein bisschen pflegen hier. Sehr schön. Oh ja, das gefällt dir. Sehr gesund. Guter Haselnusskamm. Bisschen Haselnussöl da rein noch. Oh ja, das genießt ihr richtig. Schätzelein. Habt ihr nicht jeden Tag so ein leckeres Haselnussöl fürs Fell? Mit den Hörnern aufpassen hier. Achtung. Soll ich weitermachen? Scheint dir zu gefallen. Sehr still. Noch jemand? Kein Interesse haben die anderen da dran. Also, alles Liebe. Tschüssi. 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 Tschüssi.